Hi und willkommen zum ersten Weihnachtsvideo. Heute bereite ich für euch Weihnachtshefezöpfe. Eine sehr simple Zubereitung mit leckeren, selbst gemischten Gewürzen. Gleich geht's los. Im Grunde ist es eine Hefeteig-Zubereitung. Die frische Hefe löse ich in lauwarmem Milch mit etwas Zucker auf und lasse sie ein paar Minuten gehen. In die Schüssel kommt nacheinander das Mehl, der Zucker, die Prise Salz, sowie ein ganzes Ei und ein Päckchen Vanillezucker. Das alles vermische ich kurz und gebe danach die geschmolzen und abgekühlte Butter dazu. Und nun die Gewürzmischung. Bestehend aus Nelkenpulver, Kardamonpulver und Ingwerpulver, sowie Piment und Zimt. Eine Handvoll Rosinen und gehackte Mandeln und Nüsse kommen auch dazu. Und ganz zum Schluss dann die aufgelöste und gegangene Hefe. Alles mit dem Knethacken der Küchenmaschine oder des Handtügeräts verkneten. Wenn der Teig nicht mehr am Schüsselrand klebt und dabei schön elastisch ist, darf er abgedeckt an einem warmen Ort gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Das kann bis zu 45 Minuten dauern. Nachdem er schön geruht und sich vergrößert hat, knete ich ihn nochmal kurz auf einer bemehlten Arbeitsfläche durch. Danach teile ich ihn in, nach Möglichkeit, zwölf gleich große Teiglinge. Aus jeweils drei Teiglingen forme ich drei gleich lange Stränge, wobei ich aus diesen wiederum einen Hefezopf bilde. Die Enden müssen dabei gut miteinander verklebt werden. Musik Fertig geformt lege ich sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und lasse sie ca. 10 Minuten abgedeckt ruhen. Kurz vor dem Backen bestreiche ich sie mit Milch und bestreue sie mit Hagelzucker. Alle Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Die Hefezöpfe lasse ich etwas abkühlen, in der Zwischenzeit bereite ich die Glasur zu aus dem Saft einer Zitrone und Puderzucker. Die Glasur sprengle ich über die Hefezöpfe und lasse sie komplett abkühlen. Durch die Gewürzmischung entsteht ein unglaublich intensiver und weihnachtlicher Duft. Die Hefezöpfe könnt ihr natürlich leicht einfrieren wenn ihr wollt und sie dann später verzehren und sie schmecken am nächsten Tag auch sehr lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.